Was gehabt, eins zu klauen. Ja, aber wir hatten ja zu viel Schiss. Vor allem wären wir ja eh direkt gestorben, weil er ja noch ein anderes Auto war. 9mm Parabellum. Kann ich hier irgendwas entsorgen, was ich nicht brauch? Ich glaube schon mal die Nix, oder? Ja. Ich höre was. Da vorne okayen. Verdammt! Ach, nee, ich geh essen Hunger rein. Und dann geh ich ins Grafikmenü. Du musst ja nicht mitten auf dem Feld stehen bleiben. Nicht erschrecken, ich komme gleich in den Hangar reingestürzt. Wasser! Da steht ne Wasserflasche. Ich hab ja jetzt einen. Ansonsten ist ja auch ziemlich wenig, ne? Hm. Hier in die Häuser konnten wir, glaube ich, nie rein. Ach doch, geht. Ist das ne Spritze? Das ist ne Spritze. Eine schöne kleine Spritze. Da liegt ne Tomate. Auf dem Erste-Hilfe-Kasten. Sardinen. Quass. Rasputin Quass. Was ist das hier? Pitchfork. Neue Gabel. Arror-Putting-Item in your hands. Hab ich so oft. Noch mehr Munition. Kann so viel Munition gar nicht mitnehmen. Ich hab's auch ne Munitionsgister. So viel Essen, ey. Hm. 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 Geh mal wieder runter. Stiefel. Ja, ich komm mit. So, wir können jetzt noch auf die andere Seite gehen. Rennen. Rennen, ja. Rechts pratzeln dann auch nochmal ein paar. Weiß hier oder sowas. Können wir auch noch hin. Ei, 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 ei. Also der, der hier ist echt riesig. Da steht ein Zombie auf dem Airstrip. Hoffe ich doch. Was ist da für ein rundes Ding daneben? Auch ein kleines Räuschen. Kann man aber, glaube ich, nicht rein. Schade. Doch, kann man rein. Kann man rein? Oui. Munition. Sehr schön. Ähm. Green Gorka E-Military Uniform Jacket. Ja, die hab ich auch. Die. So, jetzt hab ich aber hier. Ruined Kent Bacon. Der ist noch gut. Salinen sind auch Ruined. Belly Damaged. Wenn man noch irgendwas weiter kann. Sonst hört es noch alles ganz gut aus. Was ist mir denn? Also die Paprika. Lass mich doch essen. Ich bin immer noch energised. War ich bis gerade eben noch. Jetzt bin ich's wieder. Und ich melde, dass ich jetzt gleich... Bäh, mit zu viel. Das liegt hier. Punkt 45 ACP. Ich hab schon so viel mitgenommen, wie ich konnte. Ach komm, wer braucht schon Milchpulver. Ich geh mal... ... rüber in diese Lagerhallen. Ja. Ich fühle mich zufrieden. Na gut. Er hat gerade... ... ein ganzes Packen Milchpulver gegessen. Ja, da würde ich mich aber auch... ... durstig fühlen. Miau. Hauptsache mal hingehen. Ja, ja. Sprühfarbe. Da ist er schon. Wer freut mich? Hallo. Aua. Grafikmenü. Aua. Ich geh ins nächste. Meinst du, ich würd mal ein Seil finden? Nö. Ich bin schon wieder draußen. Ich bin schon wieder draußen. Jetzt noch zu den kleinen Häuschen, ne? Man könnte eigentlich auch mal richtig rennen hier. Ach du, Heiliger. Da soll jede Menge Zeug drin sein. Mhm. Mhm. Aber erstmal hier vorne zu den... ... zum Eingang. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt rein kann. Doch in das hier schon. Das ist ein kaputtes Auto. Was machst du da? Ich hab das Ding da gesehen, was da lag. Ich dachte mir... Was ist das? Ist mir aufgefallen, dass es ein Scheinwerfer. Okay, ich würd sagen einfach, wir... ... laufen mal da hin. ... ein Panzer. ... ein Panzer. Das sind ganzen Einzelteile, die hier liegen, ne? Könnte man so ein schönes Fahrzeug machen. Ja. Was ist denn mit dem hier? So viele Fahrzeuge und kein einziges fahrtüchtig. Ja. So, mir. Ich rüste mal am besten meine... ... Axt raus. Zombie kaputt. Ich bin jetzt ja gerade in dem Zelt... ... beziehungsweise in so einem... ... komischen Ding drinnen. Ah. Hallo. Was ist denn so? Wie. Oh, was zu trinken. Gut. Äh. Ah, jetzt bin ich dran. ... ein Zucchini. Ein Smush-Backpack. Ist das was zu trinken? Ach so. Ja, ja. Wollst nicht trinken. Hast du auch die Probleme? Ja. Aber ich kann es beheben, indem ich dann auf... ... Cancel drück und dann nochmal mach. Dann geht's... ... ein Smush-Backpack. Ich untersuche mal hier weiter. Kann ich denn... ... da Sachen reinpacken? ... und den dann? ... in meinen Rucksack stecken? Kann ich nicht. Ah, ich blute. Der Bezirksbefruchter spielt gerade Daisy. Der Bezirksbefruchter. Kann ich hier schon mal ins Grafiken gehen. Meine Mutter hat gerade irgendwann von Eiern geredet. Ich glaube, ich mache mir heute Mittag ein Rüberei. Ich habe mir eine Pizza geholt heute Morgen. TK-Pizza. 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 Oh, guck mal ein Visier. Was ist das? Gorka E-Military Helmet. Flups. Och Mann, du Wichser. Hast du auch einen Gorka? Ne, du hast keinen Helm. Helm. Du hast nicht den passenden Helm dazu. Ballistik-Helmet habe ich. Ja, du brauchst einen Gorka E-Military Helmet. Ne, ich hätte mir den da dran geklebt. Ich habe eine Trinkflasche gefunden. So eine Militär. Und ich habe sieben, sechsen, zwohen, sechzig, neununddreißig. Ja, mach dich nur über mich los, ey. Ich habe so viel Munition, ich weiß gar nicht wohin damit. Was ist das? Tetrazyklin-Antibiotikum. Hm. Ah, guck mal, da ist ein rotes Kreuz, ne? Ja, bin ich schon drin. Und da steht ein Zombie. Was geht bei euch? Jo. Jo, kriegen wir schon. Wir werden uns schon einig. Rangefinder. Tuna. Also, wie lange das Energized anhält, ne? Hier ist noch eine... Hast du schon eine, ähm, Militär-Trinkflasche? Ja. Okay. Hier steht nämlich noch eine. Hab ich schon. Hab ich schon. Danke. Oh, Mini-Zels. Put machen. Ich hab so viel Zeug, mit dem ich nichts anfangen kann. Dann schmeiß es weg. Ja, hab ich jetzt auch gemacht. Dixi-Klos. Echt jetzt? Ja. Ein Rangefinder. Ach da, ja. Den ich nicht nehmen kann. Hier steht noch eine Trinkflasche. Und Munizierung. Also, das gefällt mir hier. Jo. So viel Munizierung für die eine Piffkraft, die ich hab. Und ich kann sie nicht mitnehmen. Hier ist noch so ein Visier. Ich muss nur einen richtigen Helm dazu finden. Ich will gar keinen Visier. Ich will einen Fliegerhelm wieder haben. Da hatte ich vorhin einen. Den hab ich aber ganz schnell wieder ausgetauscht. Oh, ich will einen. Oh, ich will einen. Oh, ich will einen. Oh, ich will einen. Ah, ein Fliegerhelm. Siehste mal, so schnell geht's. Was zu trinken. Oh, hier ist was zu trinken. Nee, Baked Beans. Mhm. Hab ich auch grad gedacht. Ich dachte, das wäre eine Spite gewesen. Was haben wir hier noch schönes drin? Ein Rucksack, ein Helm. Geht's nach oben? Oder auch nicht? Ah, ganz schön. Hallo. Hallo. Hast du dir dein Hemd ausgezogen? Äh, jein. Ich hab getauscht gegen so ein UK Military Dings. So eine schusssichere Weste. Ach so. I feel like having a drink. Da musst du was trinken. Hast du noch was? Ja. Nee. Ich hab noch eine Flasche. Wenn du was haben willst. Und hier ist... Da war ich... Da war ich überall schon drin. Ach so. Ja, hier steht auch noch eine Flasche. Aber ich hab halt noch eine, die du mir gegeben hast. Ja, ich probier's. Dann bist du gleich krank. Und hier hab ich auch dabei. Ja, mir geht's nicht so gut. Ja, lass mal einen Defi-Brikator benutzen. Gül. Gül. Okay, ich hab drei zweimal draus getrunken. Jetzt ist er nicht mehr durstig. Ja, gleich ist bestimmt... Mein Mouth feels funny. Nee, tastes. Das sehen wir dann ja gleich. So. Was wollen wir jetzt angehen? Äh, lass mich... Wollen... Wollen wir überhaupt noch was angehen? Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie weit das nächste hier weg ist. Ach, wie niedlich. Dackelgaragen. Nee, ich würd sagen, wir machen hier Schluss. Ja. Ähm, und das nächste Mal... ...gehen wir dann nach Zabrunoe oder Novaya Pdingenskirchen oder Vavinovo. Können wir gerne machen. Okay. Bis dahin üben wir noch die Aussprache noch ein bisschen. Wir beide dann... Ach, guck mal, es geht doch nach oben. Dann hab ich meinen Schlafplatz gefunden. Da oben in diesem... Ja. Komischen, ich komm mit. Jetzt noch ein Rangefinder und ein paar Stiefel. Ich hab den Rangefinder, den... Ah, ich hab ein grüner Rucksack. Das muss ich jetzt erst noch grad... Du kannst deinen Rucksack, den du jetzt aufhast, auf den Boden legen. Ja. Den neuen aufsammeln und dann per Doppelklick auf die einzelnen Gegenstände direkt in deinen Rucksack packen. Ah. Das ist natürlich... Gut. Schnieke, ne? Wunderbar. Hab ich auch noch einen tollen Rucksack gefunden. I feel thirsty. So. Ha. Der Rangefinder ist ja schön. Der ist ja toll. Was macht... Wie benutzt man den denn? Du nimmst den in die Hand und dann drückst du die rechte Maustaste. Ah. Aber sühen kann ich damit nicht. Du... Du... Mal grad sagen, du bewegst dich grad ziemlich schnell nach vorne. Ja, ich bin extra ein bisschen nach vorne gegangen. Ja, ich wusste nicht, ob das Absicht ist. Deswegen. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, dann ist ja schon mal ganz gut. Also ist ja quasi schon so ein bisschen... Fernglas mäßig. Was steht denn da? Kann man den? Laser-based Rangefinder. It uses laser-based Rangefinder. It operates. Jetzt. Jo. Warum sehe ich da keinen Laser? Weiß ich nicht. Hm. Hm. Keine. Vielleicht ist keine Batterie drin. Ja, ist ja auch egal. Ja. So. Ja. Dann hoffentlich hat euch diese Aufnahme gefallen. Und hat die, glaub ich, sehr gut gefallen. Außer, dass wir... Ja, ich fand's toll. Außer, dass wir kein Auto bekommen haben. Ja, das können wir ja nächstes Mal ändern. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich schreib mir... Pass auf. Ich hol mir jetzt gleich ein Zettel und da schreib ich auf Auto. Auto. Aber am nächsten Mal holen wir uns dann eins. Ja, und dann backen wir durch die Gegend. Haha.